Ja, herzlich willkommen hier im Noosa Beach National Park in Queensland. Es ist der Tag nach dem Australia Day, der 28. Januar 2018. Und ich bin hier, wie gesagt, im Noosa Beach National Park in Queensland. Ja, ihr habt längere Zeit nichts mehr von mir gehört. Das lag daran, dass ich eben quasi hierher fliegen musste aus Sydney. Und es war gestern, ich hatte gestern hier mit der Luftfeuchtigkeit zu kämpfen. Es ist jetzt ungefähr so 9 Uhr früh. Man denkt, es ist gefühlt schon Mittag oder so. Hier ist schon eine Menge los. Es ist hier ungefähr so viel los wie auf der Harbour Bridge. Wenn ihr euch daran erinnert, wie es auf der Harbour Bridge war in Sydney. Ungefähr so ist es hier. Ich werde so ein paar Videos machen hier im Noosa National Park in Queensland. Und ihr könnt es genießen. Das ist hier wirklich mit der schönste Teil Australiens. Und deswegen ist hier auch so viel los. Viel Spaß und ich werde möglichst wenig labern bei den 3, 4 Videos, die ich hier machen werde. Viel Spaß beim Rund-View, wie immer. Das ist Teil 1. Viel Spaß bei Teil 1. Danke. Ja, nur noch zu vergessen, das ist natürlich die Sunshine Coast in Queensland. Okay, alles klar. Viel Spaß bei den Videos. Okay, ciao und damit zurück nach Deutschland.